Die sanfte Narkose ist eine Narkoseform, bei der nur ein bestimmter Teil des Körpers gefühllos gemacht wird. Dies ist für den Gesamtorganismus sehr viel schonender, vor allem für Herz und Lunge. Die Blockade eines Nerven, wie wir das dann technisch durchführen mit Medikamenten, wirkt nicht nur während der Operation, sondern auch über das Ende der Operation hinaus. Deswegen haben die Patienten nach der Operation sehr, sehr viel weniger Schmerzen in dieser Phase, die normalerweise am schmerzintensivsten ist. Das wiederum ermöglicht eine schnellere Heilung durch bessere Mobilisation und insgesamt weniger Belastung für den Menschen.